Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Aber ich kann nichts ändern, oder doch? Okay, also, die Sprühflasche war damals auch schon da an der Stelle. Wobei, steht alles genauso da. Machen wir auf hier, die Tür. Ein Glück lassen wir zu gehen. Mieses Haus, gruselige Geräusche. Uh, spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete. Nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Da ist jemand degradiert worden, hä? Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Drei Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Also, Hinterkirche und der Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Baker. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Ah, guck mal, war aber abgeschaltenes Wasser. Und da waren die Dinger noch nicht drinnen. Hm. Ja. Ähm. Ja. Ich bin doch hier. So, besser. Oh, wo ist er? Paul, doch nicht so laut. Wo ist er? Hätte ich ihm folgen sollen? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich mein, Produzenten kommen und gehen, aber... Ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Hätte ich jetzt aufpassen sollen, wo der hingeht? Ist zu. Was war das denn? Hast du es gehört? André! Brüll doch dieser Laut! What? Zum Teufel ist er! André, wo bist du, Mann? Oh, da ist ein... War das vorhin auch schon da? Hier fehlt der Videorekorder. Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Oh. Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung! Oh, das geht nach unten. Warum geht denn immer alles nach unten? Vor allem richtig tief. Was? Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ja, ist klar. Also, du zuerst. Alter! Und wie kann ich jetzt hier, ähm... Achso, geht automatisch. Kann ich da unten gucken? Ne, kann ich nicht. Oh Gott, ist das tief. Was sehst du? Was ist? Kops. Komm runter. Du komm runter. Ne, komm. Ne, komm. Hat der da einen Schlauch im Mund? Oh! 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 Ich will nicht. Wer kommt da? Das war kein Sabber. Du willst aber da jetzt nicht runtergehen, oder? Oh! Nicht rein. Wo war, wo war der, der Recorder? Der war oben, ne? War das Licht vorhin schon an? Die jetzt mal im Ernst? War das Licht vorhin schon an? Nee, das Licht war vorhin noch... Oder doch? Oh! 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 Ich will da nicht runter, ja. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Warum? Na toll, jetzt bin ich am Arsch. Verdammt! Weil er wahrscheinlich dachte, dass da nichts passieren könnte. Stauraum und Fallraum. Was ist das hier, eine Treppe oder so? Oh! 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 So richtig schönes Brackwasser, oder? Ja, ich glaube auch. Wir wissen ja, was mit ihm passiert. Ist doch nicht ein normaler Weg, den die Leute hier gegangen sind, oder? War ich das? Oh! Oh bitte, Lampe bleib! Mmmmm Und da gibt es kein Kommentar von ihm. So, ach du Scheiße. Weißt du, oder, what the fuck? Oder, wo bin ich hier hingelandet? Ich will hier wieder raus. Nein, das ist so. Ich muss so. Das ist Bestandteil vom Haus hier. Lass mich raten, das sind die ganzen vermissten Personen, von denen die Rede war. So ist Licht aus, Licht an, aus, an, aus, an. Das ist nur eine Perspektivensache, ob das Licht an oder aus ist. Ich nehme das Licht an, bitte. Du, 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 du Was hat das so geknattert, eben? Irgendeine Explosion oder so? Spritzen. Oh, da gab es ein Savepoint gerade eben. Um so eine Schlecke zu sehen. Da komme ich doch niemals durch. Da ist er. Oder? Ben Todt. Harold Turnt. Gewandelt, gewandelt. Tot, 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 tot. Clancy L. Was ist ein L? Lebt. Das bedeutet nie was Schlechtes. Ich habe ein sehr geringes Inventar. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also es war bei Teil 8 weitaus größer. Wie oft habe ich den denn jetzt hier? Oder ist das ein Einweg? Ist das ein Einweg? Nein, das ist ein Mehrweg. Okay. Ich mache mal Tür zu. Geht nicht. Hey, bist du das? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist das in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Habe ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Wer ist dein Daddy? Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst drei Jahre weg. Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Ach, du hast es gut. Ich möchte auch Schokomamo-Kuchen, aber... Bist du mal nicht so laut? Ich bin hier unten. Ich glaube, es ist hier lang. Ich bin hier unten. Was ist hier lang? Schenk. Hm. Ach, du Scheiße. Ich mach mal leiser. Sie ketzt sich aus. Ja das stimmt. Aber man darf ja nicht vergessen, die Situation in diesem Gebäude hier. Darf ich hier auch durch? Bleib hier, geh nicht so weit weg. Ach, zu Glück, da steht sie. Was ist da? Hier ist es. Was denn? Oh. Was? Die ist ein bisschen verwirrt, hä? Minus 001. Die Puppe da hinten gefällt mir gar nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Puppe mir überhaupt nicht gefällt? Hier war doch ne Tür, sie hat nicht gelogen. Draußen regnet's. Das Telefon. Okay. Eine Karte des Hauses, ist jetzt sehr gut. Da ist das Bad. Da ist das Bad. Oh, benamst. Geheimgang, ne? Da sind wir hier lang, ne? Abstellraum, da waren wir schon, ne? Oh, okay. Okay, die machen überlappende Sachen. Okay, es gibt noch ne... Na, aber so viele Räume gibt's ja hier scheinbar nicht. Uh, uh, uh. Es gibt noch einen Außenbereich, sehe ich gerade. Okay, okay, okay. Ähm... Okay, was haben wir denn hier? Erste Hilfearznei schließt Wunden und... Wer hämmert denn da? Ha, ha, ha. Na toll. Hab ich schon mal erwähnt, ich wollte eigentlich meinen Kopfhörer leiser machen. Ich weiß nicht, wie viel ich das schon leiser gemacht habe. Na, Habt Oliver Hohle. Also ich hab gerade echt sehr Hallo? Vor allem hat der Regen aufgehört, akustisch. Ähm. Ich will einfach nur so raus. Das ist total eklig. Resi 8 war was ganz anderes. Hier gehst du rein und willst eigentlich sofort... Du willst nicht mal was anfassen. Oh Gott, ich muss wieder in den Keller zurück. Du willst hier nicht mal was anfassen, weil wenn du denkst, du holst dir sofort irgendwas... Äh... Da. Oh nein. Ach du Scheiße. Ich drück... Die Hand. Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Alter. Wollen wir das spiele? Weil die Leute mich dazu gezwungen haben. Ja, ich benutze mal... Selbst da müsste es doch schon auffallen. So, was ist mit dir? Oh. Was soll... Was soll... Oh. Oh. Nicht mal so an Sachen hängen, ja. Und jetzt kein Wort, das bedauert... Hat mich jemand beobachtet? Erstmal looten. Jetzt nicht zum looten. Wo ist meine Axt? Ich hab keine Axt mehr. Ich weiß, was du gerade eben getan hast. Du würdest echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Nachboden. Geh da hin. Jetzt. Ich glaub, die Tür ist jetzt aufgegangen, oder? Na toll. Warum kommt die nicht... Ey, verdammt. Wo ist sie hin? Die ist weg. Okay. Hier ist sie lang. Sie hat die Tür geöffnet. So, jetzt wirklich zum Dachboden. Da brauchen wir doch eine Sicherung. Ich speichere erstmal. Ich speichere Mama. Vielen Dank.